Endentspannung Savasana Um den Körper gut entspannen zu können, lege dich auf den Rücken. Nehme die Beine mehr als hüftbreit auseinander. Lass die Füße, Zehen locker zur Seite fallen. Die Arme liegen wie ein V neben dem Körper. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Der Kopf liegt in der Verlängerung der Wirbelsäule. Schulter-Nackenbereich bleibt entspannt. Atme über die Nase ein und über den Mund wieder aus. Gebe mit jeder Atmung etwas Gewicht vom Körper an den Boden ab. Halte die Augen sanft geschlossen. Und bleibe in dieser Position für ungefähr 10 Minuten liegen. Die Handinnenflächen Untertitelung des ZDF, 2020